Zwei Österreicher sind am Samstagnachmittag beim Absturz eines Sportflugzeuges unweit von Sarajevo ums Leben gekommen. Der Absturz des Flugzeuges ereignete sich gegen 15 Uhr in der Region von Nisici, etwa 24 Kilometer nördlich von der bosnischen Hauptstadt. Das Außenministerium in Wien bestätigte gegenüber der APA das Unglück. Die Unfallursache ist zuerst noch unbekannt und wird vom Innenministerium des Kantons Sarajevo untersucht. Unter Berufung auf erfahrene bosnische Piloten berichtete das Blatt allerdings, dass hohe Temperaturen und ungünstiges Terrain zum Absturz der Maschine beigetragen haben durften. Laut dem ORF handelt es sich bei den Verunglückten um ein burgenländisches Ehepaar. Das Außenministerium in Österreich bestätigt, dass zwei Österreicher am Samstag gegen 15 Uhr beim Absturz des Kleinflugzeugs ums Leben gekommen sind. An Bord befinden sich keine weiteren Passagiere. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden keine näheren Informationen genannt.